So, von der Woche ich Ihnen ein bisschen beweisen, weil wir nach Neuseeland fliegen, von Toronto nach Vancouver. Und dann von Vancouver einen langen Flug, eine Mäßigkeitslast, die stunden immer mehr, bei der Uni, bei der Auckland, Neuseeland. Und hier habe ich wieder fünf Tourneen gehört in das Land. Und hier kommt es ein bisschen auf der Kurzzeine. Du sitzt in Neuseeland da, ganz klein in den Meerbären. Und da sind noch viele Inselraum, wenn du wieder nach Lentje kommst, da sitzt Australien. Und hier haben wir für viele Jahre auch Tourneen gemerkt. Die ältere Säume, die für die Mäßigen in der Mäßigen zu arbeiten haben. Die Bläwe-Pink da durch, die sind an sich für die Städte, wo wir auf einer Tour gewesen sind. Und wie ich das jetzt sage, wir sind viermal durchgewarst. Das Land ist an sich für 1200 Kilometer lang. Und das ist Neuseeland. Und von diesem Land möchte ich Ihnen hier nun mal ferne Bilder auswiesen. Ein kleines Mädchen, Ihnen diese Wiese, wo wir es in der Hand haben. Wir haben auch immer 100 Konzerte gehabt in diesem Land. Und da haben wir uns bisher schon gegangen, diese sehr schöne Landschaften zu bezeichnen, wo das Land haben. Das ist der Hauptstadt von Neuseeland. Diese Stadt heißt Auckland. Es ist eine sehr feine Stadt. Die haben hier einmal den ersten Preis zu kriegen aus der beste und der sicherste Stadt in der Welt. Neuseeland hat auch sehr feinen Strand. Kieke mal. Menschen kommen von der ganzen Welt, diesen Strand und viele andere Städte in Neuseeland zu bezeichnen. Von hierbohe, dort sieht man so schmuck. Weil Gott hat alle doch so schmuck gemerkt hat, dort wie gerne sauerkneite. Und fernet mehr, dort wie im Wouter so verlängene. Und die wahre Jahre wird hier um so und noch schlauene dauerne. Dit ist der größte Baum in Neuseeland. Dies Baum ist 45 Meter hoch. 15 Meter rum den Baum. Wenn du da was im Band rum den Baum rumdäune, da wut 15 Meter Bandbrücke. Es dort nicht im Staunen, da hat so eine große Baum jaff. Wie staunen, wie weit weich von diesem Baum. Du sagst auch, dass das Baum ist zwischen 1250 Jahre alt, wird ungefähr 2500 Jahre alt. Na, dort weiß ich nicht, was dort stammet ist. Aber wie weitest du, da der Baum ist groß? Wenn du da beziehst, stehst du, dass es mäßig, dass ich leufe, da so einen großen Baum jaff. Christine und ich gehöne hier gerade in der Stadt rührt, haben gerade ein Konzert gehabt da. Das ist sehr schön zu sagen, wo Menschen da eine Mission unterstattet. Die sagen, dass viele Menschen kommen zur Kirche. In all diese Konzerten, die wir in Neuseeland gemerkt haben, dass wir alle Jahre, die wir hier in der Stadt haben, haben wir immer Geld gezogen für die Mission. So dass die Menschen kennen von Jesus hier. Schauen wir mal was für eine große Programm in Neuseeland. Menschen kommen Geld zu sammeln für die Mission. Wir sind auch sehr froh, dass wir mit ihnen kennen, mit anderen Gruppen zu haben. Und hier haben wir eine Männerkoer, mit dem wir dann auch ein Konzert zu geben. Und hier kommt die Säune. Dort sind alle Männer, die dir ein Konzert geben und auch die Hauptspiele. Die hat die Männer auch extra eingeladen, die mit uns taubt diese Programme daunen. Schmackt zu sein, dass wir keine Gottloben umtreisen mit anderen Christen taubt in der ganzen Welt. Mit dieser Wand dann, dort wir reisen. Wir hatten noch ein anderer Paar mit uns mit. Und da sitzt meine Hauptpengebühe. Dem Kaster hat meine Frühen echt Tüß gebührt. Du hast zwei Männer an dein Arbeitbett mit dem Kaster vor dich heute. Das ist alle mit Fiberglas. Das sind seine Stoja-Kaster mit Ticket-Schwunbänen. Schau mal, wie wir ihn da hineingepackt haben. Aber der Hauptpengebühe ist an der Nevers-Tweier-Bühe beim Vorderen. Ich dachte, ich würde dir das Bild aufweisen, weil wir den Hauptpengebühe einmal mitnehmen. Waren wir dann mal nicht Konzerte hatten, oder waren wir von einem Konzert nach dem anderen Vorderen, dann fingen wir selten Städter als das. Das Böhm ist lang nicht so dicht als die anderen. Aber sind wir beim Böhm aus das Jeftet-Touren-Dusende. Wir gehen hier durch Verlangen alle herum und bekämpfen uns diese. Das ist ein Röder, der Name der Röder-Bäume von Neuseeland. Und hier kann es sein, dass meine Frühen echt stehen wie einen anderen Böhm, das ist ein Dänra. Aber wir bekämpfen uns das Hecht und es kann es sein, wenn das Böhm all ist. Als ich in Paraguay abgeworfen habe, war ich am Schakow der Jeftet-Touren-Dusende-Gräuter-Bäume. Das wäre immer so ein Struck zu verlegen mit dem hier. Und dann hier kann es sein, das ist ein bisschen mehr. Das ist ein großer Klampe Sand hier, das hat den Wind da angepüßt. Schau mal, wie hoch das ist. Da hat sich Böhm stehende Menschen. Du bist Böhm gegangen und dann du von der Böhm heraufrutschst, mit so einem Brat in die Hand. Du, dort piept und juhlt bloß die Stofflicht hier auf dem Kopf. Dort wird bloß sehr schön. Unsere Jungen sind das auch sehr schön dort zu denen. Hier ist unser jüngster Jungen. Er hat die Gymnastik gemacht. So hier hat er einen Sprung gebraten und er hat da mal so einen Raum gesprungen. Ich dachte mir, ich würde nicht wissen, was unser Jungen hier drin hat, wenn wir bei anderen Menschen wären. Und das soll ich auch sagen, all diese Bilder, die hier sind, sind alle von Neuseeland. Auf dieser Reise, die wir hier sitzen, sind erst ein paar Jahre drei. Während dann alle hier von den Bildern, die noch sein, sind noch ein bisschen länger höher. Schau mal, hier sind wir bei einer Brigg. Und unsere Jungen mussten ihn da ganz hoch nachrufen, da haben wir ganz geladen. Und auf der anderen Seite, dass wir das da brav im Riffa nennen, im Fluss nennen, und da dollern an unsere Jungen, denke ich, glaube ich, aus dem Bild merken hier. Unsere Jungen sollen da nicht einmal aufrutschen und inhalten. Weiß, so geht das dann, wenn wir mit anderen Menschen die haben vorgelegt. Hier haben wir ein Familienbild, hier gehen wir über die Brigg. Da haben wir uns das Bild hier gemerkt. Ich freue mich immer, dass wir viele Jahre drei Tage, die wir immer wieder mit unseren Jungen haben. Das ist uns, wenn wir auch als das Jahr drei Jahre waren. Dort, dort Land, Neuseeland, sind zwei Inseln im Pazifischen Ozean. Und zwischen den Inseln, da geht ein Schöp immer. Und wir, auf einer dieser Räse, fuhren wir auch mit den Schöp mit. Und dann seht ihr uns, da wieder diese große Fisch. Ich höre, die Säune, da sind ganz große. Und ein Stück mit der Kammer rührt, da ich bloß klick, 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 klick merke. Und dann habe ich ein feines Bild gemerkt. Von, gerade hoffentlich haben wir das getroffen, als sagt er nicht mal vernünftig. Wenn wir uns, da ging es so, wo sich die Sprünge rütteln haben, dann haben wir heute ein feines Bild von dieser Fisch. So, ab das nächste Bild, weil ich Ihnen bitte erkläre, wenn ich das nicht rede. Wie da ist das ein Konzert? Und da wird eine Gonserie von dieser Oerbäder, von der Inseln, Ramm, Neuseeland. Nur Neuseeland kann man Oerbäder sein. Das sind zwei ome Menschen, Christen. Und viele von diesen Herren, die ich einmal schrieben lese, die wird auf uns ein Konzert. Und die legte die Hauptsäule an unsere Geschichte. Und die seht uns, wie wir heute in Klinik bitte versingen. Und diese Menschen singen uns hier dann mit Feier. Heute wollen wir fände, und christliche Leute singen. Ich würde mich singen. Ich würde mich glücklich. Ich würde mich auf Dayton verhindern. Ich würde mich sagen. Ich würde mich heißen, ich würde mich nicht todayfragen. Dieりました die Ha steering measures, dass die Gäste analyses. Auch wenn man nicht, dass die anderen About Charlie와 Saschaaku Das sind Seals, die kommen auf den Land, da sind hunderte und hunderte, vielleicht sogar duzende. Schau mal den kleinen Baby. Schau mal die Mutter aus der Fähre, die schlappt da. Und du beziehst es auch noch eine, und das Hänge schlappt nicht die ganz größte. Kleine Babys. Die werden aber so sehr schmack, die heute könnte ich meine Hand nehmen. Aber ich wüge mir die nicht an die Pfote. In Niederlande hat der meist jeder Tag ein Eidbebe. Und dann waren wir jetzt ein größter Eidbebe. Wie wäre ich hier immer nach, dass das steht? Schau mal wie fein das der Boe auf dem Barschnapp geht. Schau mal wieviel Schaub da alle weh sind. Das Mensch, die hier wohnt, die hat da ein klein beetje über duzend Hektar zit, he. Und die hat da auch über duzend wilde Kasse reinig hierom. Da hat und je wohnt. Und da hat ganz boe reichst, da sitzt das Meer. Das ist eine sehr feine Jehend. Drei Jahre lang, als hier war er drei hier ankommen, hat er das in Mosweigtreitje. Der Haus wird ganz verstärkt, wenn du wie ein größter Eidbebe warst. Und das gibt da sehr viel so eine Eidbebe. Und wenn das durch so eine Schockle da hat, das ganze Haus kommt. Und so eine Schockle, so dass das alle amfelder werden. Und kostet die von den Schaubs und so. Und wenn die ab die Nabthäbel durchschlauen. So weit auch so eine sehr schmuckelnd ist. Ob er das immer macht, der Röse jeftet noch später schmuck. Nicht so? Und das Eidbebe wird vielleicht ein später sein für dich, was er mit Unie nicht gefällt hat. Und das ist gerade der Wirtschaft, der wohnen hat, wo wir jetzt von redet hat. Der Unie im Toll. Dieser haf Schob. Kostet hier ist eine, der der Schob schore. Ich weiß nicht, wie man da Plotik sagt. Der der Woll nehme. Und dann dort jeftet uns dann Sweatersch und Jacke. Und weiß wort alles. Und hier sind die Schob. Der Hafer hat jetzt beschore. Der Hafer hat aufgeschnitte die Woll. Und das Wort Neuseeland fehlt da. Der hat sehr viel Schobfleisch, wie ich heute in der ganzen Welt. Der hat immer sehr junge hier. Wo immer die Vorrede ist. Der sind Düsende und Düsende Schob. Schau mal das Bild hier. Fähne, grüne Land und viel Schob da. Ich wünsche, dass du eines der auskommst Neuseeland bekommst. Das ist vielleicht einer von den besten Ländern, die wir als Familie jemals zu seiner Hand haben. Ich soll Ihnen überhaupt sagen, dass Neuseeland 4.8 Millionen Menschen wohnen dort. Und der hat 29 Millionen Schob. So der hat sehr viel Schob. Und wir wohnen aber nicht sehr viele Menschen. Hier, wie wir noch einmal aus der Familie waren. Und in der rechten Kante waren wir. Und in der linken Kante waren wir. Dort ist der Präsident von HCOP. Und dort ist von der Radiostation, wo wir das Geld sammeln. Und dort fuhren wir dann für den ganzen Monat durch den Land. Wir sind feiermal mit diesem Lied im ganzen Land hier vorne. Hier sind wir an der Hauptnachwahl. Das ist auf dem Airport in Neuseeland. Diese Menschen holen uns auf. Und dann sind wir dort vorne im ganzen Land. Die Geldsäume für die Radiostation. Und das Evangelium nach dem Tierenviertigfenster überstrahlen. Hier sind wir noch einmal auf dem Flughafen. Das ist eine andere Tour. Das ist meine Hose und hier kommt. Aber das ist der Bostow hin. Der hat eine große Schilderbohr. Eduard Klassen, mit dem Paraguayen Harp. Now touring in Neuseeland. Das ist was wir wissen, wenn wir unterwegs sind. Wenn die für uns gerne beten, das wird uns sehr frei. Während wir wissen, das fehlt. Das Evangelium. Der Menschen mit Teule, wo immer wir reisen. Und hier sitzt du einmal einen Burg aus dem Vulkan. Dort ist das Buch mit unseren Rückspielern. 1904 in Nord Plymouth, Neuseeland. Und hier sind meine Frühen. Wir sind hier ganz böse und abgeklautert. Und hier ganz unikäte Menschen. Schau mal, Leute, ich leg dich rauf. Wir müssen ein bisschen abholen. Wir haben ihn rauf geholen. Und hier sitzt ein größer Baum. Das ist eine ganz andere Städte. Hier war er. Und das nächste Bild hier. Hier muss ich uns sagen. Ich ging mit meinem Freund drei Stunden auf diesen Buchen ab. Und da wird das Licht. Und das bekämpft wir uns. Seht dort nicht schmuck. Dort wird das Wirt an abklautern. Vor allem meine Freund, wo du wohnst, in einem Land, wo der Dreh ist. Mexiko und Paraguay. Ich muss ihnen bloß sagen. Diese Städte hier. Das ist auf der Südinsel von Neuseeland. Ganz unter dem Spitz von Neuseeland. Von dort im Südpol sind ungefähr 5000 Kilometer mehr. Hier reint dort bei 12 Meter. Das Jahr. Nicht Millimeter. 12 Meter reint im Jahr. Schau mal von der Buche. Wie das da raus schäle. Das alle weh. Das reint hier meist immer an. Das hat aber Säureine. Das schäle bloß von der Buche rauf. Die Städte wo einer nur reint. In der eigenen Städte wo einer bett. Das soll nicht Säureine. Säureine. Ich hoffe, dass Jund Neuseeland gefallen hat. Wenn wir dann für 2 Monate reisen. Ich möchte euch 10.000 Bilder. Von einer Reise. Hier steu ich boah links. Auf der ganzen Städte kommt hier. Die Färme. Da hier ist mein Schlitter rauf. Und häng mich da immer an. Wenn du mich mit. Ich schnau noch ein bisschen. Und in den Polfass hauen. Dann möchte ich die Bilder. Ich denke, dass ich schön seine Bilder mache. Säureine. Menschen sollen aus Jund wiesen kommen. Wer fein Gott. Die Natur gemerkt hat. Das tun ich. Auf diese Eidlchen. Säureine. Das ist das letzte Bild von Neuseeland. Wo ich ihn wiesen möchte. So eine schmucke jähende. Haff Gott uns gemerkt. So dass wir wieder kennen. So. Nun möchte ich dir übersehen. Lieber Bruder. Lieber Sester. Weil wir doch. Das Evangelium den Menschen merteilen. Dass ich nach vielen Menschen bekehren möchte. Wer uns meistens wurde. Du und ich im Himmel sind. Und dort wird sehr viel besser sein als das. Wir können uns dort nicht mal feststellen. Wer fein Gott wird sein im Himmel. So. Gott hat einen neuen Himmel. Und nie ihn für die und für mich gemerkt. Für alle jahre. Was er am Leben da. Alle jahre. Was er am Leben da. Was er noch folgt. In seinen Welten da. So. Mit diesem Video. Möchte ich dir die Hand angesprochen. Jesus noch zu folgen. Und um zu da. Mit dein gut. Was Gott dir geeft hat. Ich hoffe. Dass die Bilder. Die angesprochen haben. Jesus zu loben. Und zu preisen. Und um zu danken. Für alle. Du und Heifel. Und zu Donahaf. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. In Gottes Sehen. Untertitelung. BR 2018